1, 2, 3, 4 2, 3, 4 So, mal ein kleiner Vergleich. Beste Zeit bisher von den Verbrennern 17.07 Uhr und hier zur Zeit fahren wir Rundenzeit von 18.01 Uhr, also schon fast da dran. So, mal ein kleiner Vergleich. Noch drei Minuten. So, mal ein kleiner Vergleich. So, mal ein kleiner Vergleich. So, mal ein kleiner Vergleich. Noch 2 Minuten Ich versuche die Flaschmutter und sieben Schnauze 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 Noch eine Minute Noch 30 Sekunden Noch 10 Sekunden Es ist Sascha fertig, Tino fertig, bloß der Kevin versucht es hier noch Mach den Akku nicht kaputt